Ich höre meinen Film drehen. Wir sind im sonnigen Spanien und es geht grundsätzlich über das Thema Motorsport. Dafür haben wir bei Mercedes unsere beiden Fahrer eingesetzt, den Michael Schubacher und Nico Rosberg. Für uns grundsätzlich ziehen wir das Thema Motorsport jetzt nicht unbedingt an bestimmten Baureihen auf, sondern es ist mehr eine Frage der Einstellung. Deswegen sagen wir ja auch, Racing is a state of mind. Die spezielle Herausforderung mit diesem Spot ist, dass wir die Fahrer nicht gleichzeitig haben. Wir müssen sie zusammenfassen. Wir müssen sie zusammenfassen. Wir müssen die anderen infassen. Wir müssen sie mit den Augen alignen für sie, damit sie sich anschauen können. Wir müssen sie zusammenfassen. In der Schrift ist ein Bild, wo Nico und Michael Schumacher interagieren. Sie schreien ihre Hände und reagieren. Sie reagieren zu uns. Aber wenn wir das filmen, wir haben Schumacher gestern. Heute filmen wir Nico Rosberg. Wir müssen sie sehen, wie sie in der Runde waren. Für die Zuschauer, wenn man die Schrift, die zwei Elemente zusammenfassen werden, muss man nicht denken, dass sie 24 Stunden entfernt wurden. Es ist ein visuelles Effekt, das in den Publikum ist. Ich glaube, es war ein erfolgreicher Tag. Es war ein bisschen komisch. Anstatt mit Michael zu sprechen, habe ich so ungefähr gegen einen Pfosten gesprochen. Das sollte dann er sein, weil wir nicht am gleichen Tag alle unterwegs waren. Das war dann schon ein bisschen komisch. Aber es wird interessant zu sehen, wie der Spot dann endet. Also im Prinzip ist es ja eine Sache, die wir schon bei einem Werbespot vor kurzem ein bisschen so dargestellt haben, dass Mika mich da im Schnee hat stehen lassen. Ein bisschen süffisant. Das Ganze etwas ironisch geworden. Das machen wir hier auch wiederum. Und alte Kollegen treffen sich wieder auf eine andere Art und Weise. Was natürlich auch schön ist. So, es ist ein bisschen schwierig, zu matchen die Leute, die wir in diesem Film werden. Es ist guter Storytelling. Es ist guter Story. Und es wird in der Endeffekt zu sehen. greetings. heißer過去. Als McCann auch ¡rasstiert zu dreidelten! dich für Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017